1967, warst du da schon in Planung? Nein. Angedacht? Nein. Nicht. 1967? Das ist die Zahl an Zigaretten, die Lenny täglich raucht. Obwohl, wenn ich das in D-Mark umrechne, um dir da einen Komma zwischensetzen, könnte es sogar fast hinkommen. 19 Mark 67 sind ungefähr 10 Euro. 1967 war der Sechstagekrieg. 1982 gingen Schlagzeilen durch die Presse bei Ruth Brandt. 2010. Wie lange schon war das mein Traum? Die Reise in den Orient, das Morgenland, nur sah ich kaum, dass man aus Märchenbüchern kennt. Als ich aus Sand und Felsgestein erblühen sah, Jerusalem schien in der Luft Musik zu sein, ein fernes leises Requiem. Schleifullerus- und 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 Schleifullerus- Vor den Gefahren warnen Schilder, mit großen Lettern Flammen droht. Bleib ich dir, Maria Magdalena, dein Gang zum Brunnen, er wär dein Tod. Inschallah, Inschallah, Inschallah. Der Ölbaum weint, weil er zu gern seinen Schatten jenen gäbe, die nun da drüben nur und doch zu fern in Feindesland für immer Ruh. Dort flattert müde ein Schmetterling, der Rosen sucht am Stacheldraht. Ob er wohl ahnt, wenn ich dort ging, wäre es um die Kugel nicht zu schad. Schmetterling muss sehr hoch oben schweben, da ist dir wirklich nicht bekannt, dass Menschen um ihr Leben weben, tagtäglich hier in deinem Land. Inschallah, Inschallah. Inschallah, Inschallah. Hier ist es schwer, ein Weib zu sein, sie braucht zum Wasser wohl ein Mut. Auf ihrem Weg ist jeder Stein, auf dem sie tritt, bezahlt mit Blut. Ich glaube, ich höre mein Leben lang bei diesem Wort Jerusalem. Inschallah, Inschallah. Noch die Musik, die dort erklang, dies ferne leise Requiem. Ein Requiem für Millionen, an deren Grab kein Name stand. Für die jedoch Millionen Bäume nun wachsen aus dem Wüstenland. Einsallah, Inschallah, Inschallah. Inschallah, Inschallah. Untertitelung des ZDF, 2020